Moin Moin und willkommen zu Faktorio. So, da habe ich die letzte Aufnahme ja mal kurzfristig beendet. Abrupt, so mehr oder weniger abrupt beendet. Weil die Störgeräusche einfach zu groß wurden hier draußen. Und das hat mich einfach genervt. Ich bin ja eh schon etwas geräuschempfindlich. Also schlägt sich sehr schnell bei mir auf Laune nieder. Das kann man auch glaube ich merken, wenn es hier wieder macht im Spiel. Aber da habe ich gedacht, besser die Aufnahme jetzt mal eben beenden. aufhören, als sich da jetzt irgendwie durchzuquälen. Guck mal her, hier. Achso, steht noch ein bisschen zu weit weg. Das Kombipaket. Dann nehme ich die nochmal weg. Und. Du, 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 du. Du, 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 du nachlesen kann ok 10 schuss ist ja okay also hier sind sie ihr seid ihr habt genug gesplättert an der mauer hier wobei stehen blieben letzte aufnahme beendet weil störgeräusche störgeräusche auf laune niederschlagen und so weiter ja nur damit ihr es mal wisst warum das dann so plötzlich endete angefangen habe ich ja wie immer ich wollte ein längeres stück aufnehmen habe ich auch gesagt und ja dann wird es dann doch noch eine stunde nicht aufnehmen das ist dann kein längeres stück aber da ging ja da ging ja gar nicht mehr so jetzt will ich die türmchen mal an der mauer setzen geht dahinten ist ein bisschen terror das geht ja es nicht mehr tun so drei schnippen und zwar normale nehme ich hier mal das ausreichen 20 20 weg 15 können sie zumindest theoretisch 150 aliens erledigen die munition also da muss dringend was geschehen da muss ganz dringend was geschehen den output haben wir glaube ich hoch genug an kupfer und an stahl so dass wir das verbessern können wollen wir das demnächst auch mal machen und demnächst ist gleich gleich ist nicht jetzt aber fast sofort so da ist ein bisschen action gewesen aber das waren die hier glaube ich vermute ich mal vermute ich mal so wir sind ja quasi wehrlos weil wir gar keine motion in der tasche haben das muss ich mal eben ändern und dann gucke ich mal nach mit den bornen ob wir die bornen nicht ein bisschen hochziehen können den stahl nach oben leiten und dann oben abzapfen streich ja ich hatte ja die letzte aufnahme session habe ich ja mit einer geringeren bitrate gemacht habe ich da reingeguckt und war okay also das grobe ruckeln war weg dieser mikro ruckler hier der ist immer noch da aber den kriegen wir nicht durch die aufnahme weg sondern der ist ja vom spiel jetzt da und jetzt teste ich das gerade weiter jetzt auf die bitrate noch mal runter gesetzt nicht viel nur ein bisschen um zu sehen ob es noch gegner also ob wir noch ein bisschen weiter runter können ich will mal gucken ich habe hier irgendwo angefangen die mauer zu ziehen ich glaube da ist sie da möchte ich gerne weiter runter ziehen okay frisch gesetzte türme sind schon in action ach da ist sie schon okay ich hatte kauft ich könnte meine munitions produktion hier quasi als produktionslinie mit einbauen aber da ist jetzt der platz schon zu knapp ich werde das trotzdem hier irgendwie hin auch wieder vergessen egal wie viele mauren haben wir noch wie viele mauren haben wir noch okay das muss jetzt der rest sein oder schon kommen zahl auftauchte da sind die okay immer ein bisschen hinschauen im auge haben jetzt da mittendrin terror warum ist da mittendrin terror das gefällt mir gar nicht ist aber schon wieder vorbei ne ja blieb blieb langsam ist auch gut so eisen eisen kupfer kupfer holz weil wir holz brauchen alles so schnigel schnaggel machen das geht es ist nicht gut deswegen die ich nicht gut das kann doch nicht wahr sein wie lange braucht ihr denn dann noch jetzt gucke ich nach unglaublich unglaublich langsam müsst ihr doch da meine so ein bisschen durch sein und so und munition mitnehmen dann mache ich die schon mal in der hosentasche auch jetzt irgendwo noch einer rum und kaut hallo ausflug oder was wird das hier jetzt ich weiß nicht ja wir brauchen mehr verteidigung jetzt ist unglaublich hier ist ja immer noch was in gang gibt es ja nicht aber die türme zu weit weggesetzt oder hat auch hier schnippe 1 2 da schnippe kommt da gantt gantt 22 da 25 ist zu wenig 37 schon besser so mauern habe ich leider keine mehr in der tasche aber ja also ein bisschen verteidigung ist da wieder mal schauen wie weit das reicht ich wollte auch hier einfach hier das ist schön dann wird noch ein bisschen davon was ersetzt müssen wir gucken gleich ich weiß auch gar nicht ob das funktioniert mit dieser kombination aus die tech drills und was ist das ob es genau das vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert wenn nämlich nicht dann könnten uns auch die besseren wills alles sparen wo wollte ihn hin munition und mauern meine güte die gesamte vermehrung der alien spezies hier ist nur darauf ausgelegt sie an meinen türmen zu verbraten nun hat voll und gerade noch hand voll markt 2 jetzt mal dahin doch der output ist hier also der jetzt immer spuckt immer ein aus und bei ihm hier kommt immer zwei gleich raus oder jetzt sogar noch mehr 245 wie er gerade laune hat kommt da raus okay gut also die kombination scheint ja hin zu hauen ob er ob er ob er ob er ich war immer noch bei was anderem so eisen eisen ich weiß gar nicht ob es notwendig ist aber ich mache es einfach und hier wäre ja die zweite kubberbahn ich glaube das hat komplett sinnlos was ich da mache weil ich das ja so oder so neu verliegen oder nicht oder doch ich weiß gar nicht habe ich mir dazu schon mal gedanken gemacht oder nicht ein bisschen holz ansammeln ich habe es vergessen ach bahn hier ne born irgendwo irgendwo haben wir die bahn die wir brauchen die 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 fließbänder so jetzt habe ich es hat nur drei jahre gedauert okay es kommt so wie die zahnräder an würde ich sagen weil es wie die steine ankommt jetzt weiß ich auch warum ich den drill nochmal gesetzt habe ich hab's oh mann echt vergessen sammeln wir den krumm hier ein und dann stellen wir halt welche in der hosentasche her explosives nö zentrifuges nö brennende benzinfässer okay schön aber nö ähm flüssigkeitsbehandlung warum auch nicht ähm lab-efficentschi lab-efficentschi wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht ne replikation noch uninteressant ähm ich kann nicht mal erkennen was das für ein bild darstellen soll mhm stack size ne ja Tourette 2 oh 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 dat 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 nehmen wir ja mit ne einen besseren gun to it wenn der dann mehr bum bum macht das wäre doch schon mal äh fein so mhm 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 stein rein und machst da die zahnräder dann kann ich hier vom fließband immer ein bisschen was klauen glaube ich so jetzt muss ich aber erstmal näschen putzen und ja ich und 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 trinken. War sehr unbefriedigend. So, ich mach mal ein größer Kissen. Was hab ich denn? Türme, ne? Ich hab doch jetzt neue Türme erforscht. Den, äh, Mark 2. Stahl, Stahlzahnräder und ein Standardturm. Ja, ist ja okay, ne? Will ich mich auch nicht beschweren. Hat eine etwas höhere Reichweite. Und etwas mehr Gesundheit und 50% mehr Schadenspromos. Okay. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur den Platz haben, auch eine für die Produktionslinie dafür aufzubauen. Hm. Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Du kommst mal weg. Ich möchte den Stahl-Output etwas erhöhen. Warum kommen die mal hier an? Oh. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Ich kann nicht zielen. Langsam aber hält was aus. Das ist aber groß geworden. Oh, ich, ich... Das gibt's doch wohl nicht. Wo kam die denn jetzt her? Ich muss hier ja alles zuflastern. Ähm. Ich hab hier was blinken sehen, deswegen geh ich da gerade auch hin. Da, da. Guckt sich das mal einer an. Munition haben wir etwas. Boi. Okay.